Wer hätte gedacht, dass man als Feuerwehrmacht... Hast du dich schon mal in Byrnes Büro geschlichen? Fast. Und oben auf die Lampe davor geklettert. Aber von da war es für einen Sprung zu weit. Würde es mit einem Gleitschirm klappen? Da hätte ich total Lust drauf. Ja. 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 Mmh. Leon, grüßt dich. Nein, er ist geflattert. Kommt mit in die Halle. Hmm... Hmm... Zeit, um das Boot zu finden und dann das Weite zu suchen. Hmm... Mir geht's auch gut. Mir ist auch gut. Danke der Nachfrage. Hoffe dir natürlich auch. Die Leon. Das ist nicht die richtige Farbe. Wollen wir hier wieder zusammenkleben. Wollen wir mal gucken. Hier haben wir nochmal ein Feuer. Hier. 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 What do you not meet? Hier. 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 Okay. Yep. Hey, Chase, hier drüben. Wie seid ihr hier reingekommen? Äh, geschwommen. Erst geschwommen. Ich hab die Hintertür genommen, weil ich nicht doof bin. Oh Mann, ich musste die ganze Grundausbildung ertragen, um hier reinzukommen. Das ist auch gut so. Wir sitzen nämlich auf dieser Seite des Zauns fest. Jupp. Und die große Tür kriegen wir auch nicht auf, um das Boot rauszuschaffen. Überlass das mir. Als ob wir eine Wahl hätten. Boah, ich mag ihn. Ja, danke für deinen Host, mein Lieber. Ja. Okay. Dann malija's. Ja. Bist du zu spren. Ja. Ja. Bist du zu spren. Ja. Bist du, wenn du, wenn du nicht klarst? Oh Mann. Ja. 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 Das sind. Was ist das? Ja. Der Boss wollte, dass du die Wasserkanone bemannst. Sag mal, was glaubst du, was der Steuerknüppel macht? Weiß nicht, beweg ihn mal. Macht gar nichts. Siehst du? 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 so das nächste mal irgendwo draußen sind dann wenn wir speichern und dann gibt es noch ein bisschen rocket league aber kurz vorher muss ich kurz mal in cs reingehen gucken was jetzt noch passiert wir werden doch bestimmt wieder verfolgt oder nicht der rede wert von jetzt an bist du mein mann ich vertraue dir voll und ganz danke jetzt kann ich endlich diesen privatkäufer loswerden zeigt ein treffen anzusetzen ich melde mich dann bei dir jetzt muss ich dir nur noch zu rex fury folgen was soll dabei schon schief so dann wartet jetzt aber freuen